Herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Man war das alles nervenaufreibend bis jetzt, aber jetzt haben wir glaube ich ein Problem. Denn sämtliche Androiden wurden in unseren Bereich gerufen, um die schönen Firmengeheimnisse zu schützen hier. Weyland Yutani ist nur hier, um das Alien zu holen. Diese miesen Schweine. So. Ich brauche unbedingt Stromschockermunition. Ich bleib mal im Schatten, ne? Gucken, ob mir das irgendwas bringt. In Sixen finden Sie Urkalt. Hilfe. Von Anfang bis Ende. Hat er mich gesehen? Blödes Arschloch. Noch einer? Na komm. Ich hab nen Kuhtreiber. Boah, jetzt hast wir mal nen Snack. Boah, ich nehm hier Fritten, Hotdog und ähm... Chicken. Mega Burger. Ich hab kein Kleingeld. So ein Mist. Oh, ein Kampfwagen. Das ist ja mal geil. Alter. Äh, komm, bauen wir ein paar Kanonen ab hier. Alter, sehr nice. Was muss ich eigentlich machen? Aufgrund einer unbekannten Präsenz im zentralen Reaktor. Ich krieg jetzt schon die Krise, ne? Ich muss den Strom wiederherstellen, um den Strom wiederherzustellen. Du willst mich doch verarschen. Schön. Wenn ich jetzt noch die Knarre hätte, dann... Was war das? Boah. Nein. Bist du blöd? Facility Management. Mhm, mhm, mhm. Hier war der Android. Alles voll, alles voll. Alles voll. Tool Shop. Haha. Da ist bestimmt Zeug drin, das man gebrauchen kann. Ich kann nix bauen. Ist ein Mist. Ich hab nur noch zwei Stromladungen. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Von da bin ich gekommen, aus dem Nebel. So. Irgendwas äußerst unangenehmes passiert jetzt gleich. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Fehlt noch einer. So, und jetzt speichere ich erstmal. Winde aktivieren. Das heißt, ich hebe euch den Wagen hoch, oder was? Oh, jetzt juckt mir von Nervosität schon wieder die Nase, Mann. Okay. Mama Strom. Mama Strom. Ich hab da doch gerade was gesehen. Gut, was bringt mir das jetzt, dass das Ding oben ist? Aha, da ist ein Schacht. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich komm nirgendwo rein. Strom. Ich hab da auch nicht rein. Und für die Tür ist mein Gerät immer noch unzureichend, richtig? Ach, dann muss ich halt in den Schacht. Scheiße. Alles knirscht und knarzt. Vielleicht fällt mir das ganze Ding hier auf den Kopf. Pass mal auf. Wo komm ich denn jetzt raus? Ah, ich denke mal, das ist die Tür, ne? Ach hier. Tür unzureichend. Trotzdem machen wir uns immer auf. Tür unzureichend. Jo. Gut, alles klar. Hab ich die schon mal auf? Gut. Ach, es ist alles ein bisschen spannend. Irgendwas passiert hier gleich. So richtig krawummsig. Merk das. Es kommt immer näher. Elend. Tod und Elend. Wo bin ich jetzt? Toolshop. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Welches Gitter? Alter, du bist viel weiter als ich es bin. Ach, da hinten das Gitter. Alles klar. Komm ich hier rein? Komm ich hier rein? Natürlich nicht. Ich hasse euch alle. Verdammt. Waa. Waa, 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 waa. Hallo, ist hier einer? Nee, nee, hier ist keiner. Okay. Ja, Bolzenschießer. Ich hab keinen Bolzenschießer, verdammt. Nochmal, ich hab nicht mal eine... Wie benutzen. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich vor Besuch beim nicht gelegenen Synthet melden. Alter, leck mich! Den hab ich nicht gesehen. Steht der da noch? Ok. Nein. Ich hab nicht gesehen, ich hab nicht gelegenen Synthetel. Was ist dein. Er ist so... Er ist so... Er ist so... Wir beenden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Scheiße, der hat so einen Anzug an. Verkackt nochmal. Ja, das sind die, die dich umbringen wollen. Alter, jetzt mach ich dich fertig. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, du kleines, mieses Stück. So, Freunde. Jetzt gibt es Fresse. Sehr schön, ah, endlich wieder eine Kanone. Was sollen wir denn hier? Nichts. Vier Schuss habe ich. Plus einem Lauf. Immer gut. Oh, sehr gut. Her damit. Oh. Alter. Dich hat es aber auch zerlegt. Okay, steht hier irgendwas auf den Zetteln? Muss man... Nee. Schaff, ich gehe jetzt hier verlangt. Hinter mir 6832. Okay. Zugangscode. Verschlüsselte Inhalte. Oh, oh. Und soll das hier leben? Flores. Woher sagt man das? Ah, der hat das Ding gebaut. Ah, der hat das Ding gebaut. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. äh... Ehm... 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 ... kann ich jetzt nochmal speichern? Kann ich hier irgendwo nochmal speichern? Ich konnte hier doch irgendwo abspeichern. Hier. Denn sicher ist sicher. Nochmal machen wir das Ganze nicht. Weil ich habe gesehen, der Bolzenschneider, der braucht ein, der Bolzenschießer braucht ein bisschen zum Aufladen. Ich habe mich schon gewundert, warum beim ersten Mal nur Luft kam. Luft, Luft. Da, immer. Äh, wo bin ich denn jetzt hier? Aha. Äh. Äh? Moment mal. Büro des Chefs. Da war ich ja jetzt. Moment, ich habe jetzt gerade voll die Orientierung verloren. Da war ich. Und hier hinten war das Gitter. Richtig? Äh. Komisch. Man sieht es nicht mehr. Nee, hier habe ich gespeichert. Hä? So, warte mal. Nee, da hinten war... Hier war das Gitter. Jetzt habe ich es. Alter. Denk doch mal ein bisschen logisch mit, Junge. Hier müssen wir nämlich hin. Kühlmittelraum. Ich gehe mal lieber ein bisschen in Deckung. Das hier ist auch keine Waffe für ein schnelles Gefecht. Da musst du echt aus dem Hinterhalt zielen. Zum zentralen Reaktor. Ricardo, waren Sie jemals im Reaktor? Habt ihr Tumor? Ist noch nie gemacht. Ich habe in einem mein Training absolviert. Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Warum müssen wir das auch machen? Warum? Wieso? Es ist doch alles so sinnlos, was wir machen. Oh oh. Aha. Gut, mein lieber Freund. Transitstation. Ich verstehe. Ich höre ein Speicherpieper. Alles voll. Gebrauchen kann man das immer. Was haben wir denn noch? Wie viel Zeug habe ich eigentlich? Bis aufs Ladungspack? Bin ich eigentlich ganz gut versorgt. Aha. Eine Riesenkarton für eine einzige für einen einzigen Bolzen. Oh. Hier läuft ein Alien rum. Tobacco. Kein Kleingeld. Scheiße. Nein. Nein. Freunde. Hier ist irgendwo ein Speicherpieper. Das ist über mir. Central Reactor. Central Reactor. Vielleicht kann ich mit dem Bolzengerät auf das Alien schießen. Ob das stimmt, ob ich mit meiner Vermutung recht habe, das finden wir hoffentlich nicht in der nächsten Folge raus. Aber trotzdem würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dahin.